Es ist schon klar, dass du gerade ein Schwein reißt. Ja, das ist da alles in Ordnung. Du bist am Einwand. Ah, schade. Jetzt wieder ein Zeug wird besser. Nee. Noch mehr Bier, dann wird's besser, ne? Das ist wie mit Frauen. Mehr Bier, wird besser. Oder auf keine Garten. Ich weiß noch nie, was da gefangen wurde. Hallo, was kommt? Ah, schade. Na? Was? Ich hab's abtropfen lassen. Wollt auf eine Musiker gehen. So, jetzt. Olof. Oh Gott. Pass mal bitte auf. Nie an Bier. Nie an Olofs Bier. Ja. Was? Was? Hä? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Haben Sie das noch hier... Hääääh! Ich bin hier. Hääähääh! Määähääh! Stehen die sich wie zu Sumoringern gegenüber und warten, was passiert. Was soll denn das? Ja, du bist weg damit. Ja, vielleicht. Ach, der Riesel war los! Scheiße, rutsetzen! Scheiße! Eckball! Eindeutig Eckball. Scheiße! Ja, los! Eiskalt sauber abgegeben. So, jetzt. Ja, schau mal. Jetzt wieder Einbruch. Es muss alles einfach tot liegen. Ja, warm ist wirklich nicht schlecht. Deswegen ist das auch mit der Stimme gerade noch so das Problem. Ja, hier unten. Groß! Au! Er soll das nie mit dem Kinn annehmen. Halbzeit schon. E3, Aktion 0. So, nein, eigentlich nicht. doch, ich bin ja nicht so. Ich bin. Ja, auch nicht klar. Ich weiß nicht. Es gibt noch eine Änderung. Ich weiß nicht, ob es passiert. Aber es ist, dass du nur noch ein Das ist ein Spielbereich. Nee, ich hab da auch schon wieder. Ja, ich hab sicher gesagt, das ist gut. 3-3. Ja, stimmt. Dann sind sie da im Schützenstein. Wie er hieß? Ja. Ja, ich hab das gemacht. Ich glaub, das wird schon nicht gemacht. Nee, das wird schon nicht gemacht. Hast du das aufeinander gemacht? Nee, da war schon nicht. Da war schon noch nie mit Trammer. Ich war erst bei Post mit Kamerung das erste Mal. Das war gleich das coole Tor. Willst du? Alles mit rüber? Das war's. Willst du rüber oder? Mal los. Nein. Nein. Das ist nicht mal so. Das ist ein Dumpf. Das ist ein Bier. Das ist ein Zweck. Das ist Bier. Das ist Bier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020